Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Coop ist ja überall für Sie da. Und zwar in über 1'400 Läden und das auf dem Land, in den Quartieren und selbstverständlich auch in den Stadtzentren. Um ein verschiedenartiges und dichtes Ladennetz zu beliefern, unternimmt Coop grosse Anstrengungen bei der Warenbelieferung. Was wir hier sehen, ist das Coop Zentrallager in Brattelen bei Basel. Hier werden jährlich über 100'000 Tonnen Waren abgepackt, gerüstet und an die 23 Coop Regionallager spediert. Zum Beispiel nach Chateauneuf. Von diesem Regionallager aus wird auch der entfernteste Coop Laden im Wallis trotz hohen Transportkosten täglich beliefert. Schon heute Abend muss die Lieferung vor Ladenschluss auf der Bettmar-Alp sein. Der Verlade auf die Seilbahn hat äusserste Sorgfalt und Präzision verlangt. Und jetzt geht die Luftfracht über eine Höhedifferenz von über 1'000 Meter hoch zum höchst gelegenen Coop Laden in der Schweiz. Das geländegängige Fahrzeug übernimmt die letzte Etappe und bringt die Lieferung direkt zum Coop Laden Bettmar-Alp auf fast 2'000 Meter Höhe. Und trotzdem ist ein Kilo Zucker bei Coop gleich günstig auf der Bettmar-Alp, zum Beispiel in Basel. Coop leistet auch einen grossen Beitrag bei der Belieferung der Bergbevölkerung, ebenfalls mit den täglich frischen Produkten. So eine Lieferbestätigung ist für den Früchteneinkäufer von Coop natürlich das Resultat von Härtenverhandlungen. Und für Sie daheim bedeutet es natürlich erntefrische und preisgünstige Aprikosen in Ihrem Coop Laden. Da in der sonnigen Aprikosengärte werden sie gepflegt. Und wenn sie schön reif sind, sorgfältig abgelesen. Alle Aprikosen werden streng kontrolliert. Und die grossen von den kleinen trennen. Nur die besten gehen sofort auf die Reise zu Coop. Und morgen sind Sie schon in Ihrem Laden. Erntefrische Aprikosen voll Sonne und Vitamine. Und das Wochenende dann erst noch zu einem Coop-Hit-Aktionspreis. Aber denken Sie daran, nur morgen, übermorgen und am Samstag. So, und jetzt danken wir Ihnen für das Zuschauen. Denken Sie jetzt aber noch an die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop eine Taube Le Parfait mit Trüffel, statt 2,65 nur 2,15. Ein Liter klaren Apfelsaft für nur 90 Rappen. Eine Dose Gilette Rasierschaum, regular, statt 2,60 nur 2,10. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, 5 Deziliter Kaffeerahm, sterilisiert für nur 2,20 Franken. Und ein Kilogramm ausländische Aprikosen, nur 1,60 Franken. Als aktueller Preisschlager finden Sie bei Coop 10 Gilette Handy, den Einwegrasierer mit den Doppelklingen, für nur 2,60 Franken. Profitieren Sie von diesen Angeboten morgen in Ihrem Coopladen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020